hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal. ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren runde 7 days to die hier auf meinem kanal. ja ich hoffe ich geht es euch gut. ihr seid alle gut drauf und ich habe es bis jetzt eine geile zeit gehabt. und ich hole ihn hier am sonnenaufgang des dritten tages ab. ich habe mir in der nacht hier mal so ein bisschen was hingezimmert, damit dass wir mal irgendwie hier uns ein bisschen schützen können. so dunkel ist es noch. in der heutigen folge möchte ich irgendwie holz holen. ich möchte irgendwie ja. ich muss holz holen, ich muss nahrung holen. ich muss einmal eine kiste machen. das glaube ich ist einmal das was wichtig ist. essen müssen wir. nahrung haben wir überhaupt nicht. nahrung haben wir überhaupt nicht. also es heißt, ich brich mir gleich nur einmal den fuß. das heißt, wir holen uns da mal gegen den schnösten dirbam. und dann wären wir uns da mal irgendwie eine schiene bauen müssen. grundlagen. holzkisten. bauen wir mal eins, zwei, machen wir mal drei holzkisten. das ist glaube ich wichtig. die ist dann mal außer. die holzkisten. dann schauen wir mal, was findet man denn unter schienen. schienholz. naja, wie nennt man jetzt das ding. gebäude, munition, waffen, nahrung, kochen, kleidung. ist das unter kleidung drin. und der medizin glaube ich sind da schiene. was brauchen wir denn für die schiene. stoff fetzen. haben wir keine. holz. hätten wir. wir brauchen stoff fetzen. die haben wir aber nicht. das heißt. wir müssen plündern gehen. in der folge. wir brauchen stoff fetzen, dass wir uns wenigstens eine schiene machen können. ein bauhelm. das ist schon mal gut. ein bauhelm. jetzt muss ich gerade schauen. äh ausrüsten. ja wohl. da haben wir wenigstens ein licht. in der nacht. ein bauhelm. ein bauhelm. ein klein près. ist dabei. ein kleines so ein kleines. ein kleines, ein knappes, ein kleines. Die können jetzt irgendwas raus schmeißen. Schmeißen wir den raus. Schmeißen wir die Holzkisten raus. Wenn wir eh schon da sind, gehen wir noch einmal zurück zu unserer Base Ars. Das sind unsere Base Ars. Dann bauen wir mal die Stiege ein bisschen weiter aus. Dann roest man bei der Dienung. Dann können wir schon mal etwas in die Kisten reinpacken. Dann tauschen wir die gegen die aus. Okay. Der ist wohl gestiegen. Dann bauen wir die mal da her. So sparen wir die wieder an. Dann bauen wir drei mal zwei. So. Dann sind wir mal dabei einmal oben. Alles blündern. L3. Achso. Schnell bewegen. L3. Ähm. Das ist einmal. Das. 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 Benzin. Benzin. AK47. Das ist einmal ein Schmerzmittel. Das ist einmal das. 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 Das ist einmal alles was nicht so wichtig ist im Moment. Das gehört uns im Inventar. Die leeren Gläser nehmen wir gleich wieder mit. Den Knüppel nehmen wir mit. Lassen wir auch noch im Inventar. Die Samen nehmen wir an. Die leeren Gläser nehmen wir mit. das Holz nehmen wir mit. Lassen wir da. Das lassen wir auch da. Die Fackel lasse ich auch da. Weil jetzt habe ich einen Bauhelm. Die Stiege lasse ich auch da. Passt. Dann. Die Waffe. Und den Werkzeug. Ah. Den Knüppel tue ich rein. Passt. Die Munition. Gläser. Das Wasser tue ich jetzt auch rein. Zum Essen habe ich nichts mehr. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass wir da was. Das Monster Taurus Tahuind. So. Auf gehts zum Plündern. Nach 10 Minuten starten wir endlich los. Stofffetzen. Nahrung. Federn. Wäre ich gut. Ich nehme jetzt einmal alles mit, was ich so finde. Normaler. Stofffetzen. B. Dann. Das passt gut. Es könnte nämlich alles wichtig sein irgendwann einmal. holt's los jetzt einmal noch da rein das kommt ja wie gerobt das kommt ja wie gerobt meine lieben die roten pflanzen nehmen wir mit weil ich weiß dass wir daraus haben die braunkuh ich weiß dass ich auch pocketbike habe und ich weiß dass ich nur sprit habe ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß dass ich infiziert bin ich brauche auch unbedingt aspirin antibiotika brauche ich jetzt wird der hinter den auf den oder hinter den hügel sein ich weiß nicht 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 klettere junge klettere gut schon mal jede menge pfeile wieder machen jawohl ist ja nicht so weit das abgrund der weißer gotti die kohle jawohl schmerzmittel oder schmerzmittel gewesen aber egal aber egal die stadt die fähigkeitspunkte wir sind waffen klingen das kamel jahre das kamel du wirst langsamer durch den domen die punkte fünft habe ich gerade, okay. Da brauche ich jetzt eh nicht dafür. Bogenschießen-Skill, ich habe von einer Loire, das ist auch nicht alles, was ich von einer Loire-Skill... Schneller fertigen, Bogenschießen, ne, okay. Ein Ei, das passt schon mal gut. Dann Holz habe ich Kars dabei, nein, habe ich nicht dabei. Ein Pfeil habe ich noch drin, 48 Federn, habe ich zwei Sterne. Das heißt, jetzt machen wir mal die Axt rein, dann können wir die Sterne mitnehmen, die Sterne mitnehmen, Baum fällen oder Holz hocken, dass wir zumindest mal uns mit Munition austauschen können, damit dass man mal irgendwie jetzt hier einen Anfang kriegen kann. Komm schon, nehmen wir auf den Sterne. Holz und Sterne ist da, oder? So, da gehen wir jetzt zurück in die Stadt. Jetzt passen wir auf, dort in den Marzahn. Ich möchte mich nicht so oft die Axt hernehmen, bevor ich kein Reparatur-Kit habe, darf ich. So, dann... Kamera bewegen, nehmen. Schnell bewegen. Ah, okay, kann man da nicht irgendwie das nach links, rechts bewegen. Nehmen, reparieren, kann man nicht, gell? Ah, wohl. Ansehen, reparieren. Jawohl, schnell ausrüsten wieder. Das gleiche Spiel wie vorher an der Kante entlang. Lassen wir uns ein bisschen... Jetzt gerade hinunter fallen. So. So. Steinpfeile. Wir brauchen Steinpfeile. Schiene, Waffen. Waffen, Munition, Pfeile. Zwölf Stück. Die können wir mal fertig. Dann können wir die mal durchlaufen. Gebrochene Fuß ist verheilt. Da kann ich ein paar Strahner liegen. Los. Ich weiß auch nicht mehr, dass wir das brauchen. Gummi. Nehmen wir dann mal alles mit. Da haben wir mal Strahner. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir brauchen unbedingt Stoffwetzen. Weißenroh. Und Norm. Spikes müssen wir uns machen, dass wir uns die Bude da oben ansichern können. Und ein wenig aufrüsten können. Das wird auch noch interessant sein. Da oben. So. Das war's für heute. Du nicht. Jeder andere. Der hat was. Super. Etwas haben wir schon mal zu wissen. Ein Erfolg ist schon mal da. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen jetzt da mal das ganze da raus zum Knarrholz. Dann mal die wieder reparieren. Ich kann es vergessen, wie schnell das Zeug eigentlich kaputt geht. Ach, Pfeile. Okay. Ich kann es sowieso so auf dem PC, und mir ist halt ein Indiehizer drin. Sofa sein und sowas. Da können wir Stofffetzen raus. Das dauert mal zu lang. Jetzt fahren wir mal wieder rein. Dann hau so. Sofa. 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 Come utilise. Reals haben bis zum geht. Da haben wir auch noch ein Knastwandl. Das nehmen wir mit. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Ich weiß, dass es 18 Uhr ist, dass bald wieder die Nacht beginnt. Muss repariert werden, ja ist klar. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Jawohl, Stoffwetzen. Das ist Eisen, das ist A-Eisen, das ist A-Eisen, Stoff, Stoff. Ich mach das immer so, dann weiß ich nämlich, wo ich in welchen Häuser schon war. Ich fange sofort an, meine Umgebung zu reparieren. Warum, fragst du mich nicht? Wenn du so allein in der Apokalypse bist, hast du einen Haufen Zeit. Dies passt da. Daraus haben wir noch nix. Dann bauen wir das Eisen da. Dann bauen wir das Eisen da. Das muss wieder repariert sein. Macht nix. Schnell ausrüsten. Ah, schnell ausrüsten. Dann nehmen wir jetzt den Eis und die nehmen wir nun mit. Schauen wir mal, es wird nämlich schon dunkel. So, da müssen wir es machen. Dann muss ich mir meine Dinger wieder reinhauen. Jawohl. Jawohl. Nehmen wir die in den anderen klein miet. Nehmen wir die in den anderen klein miet. Geh, nicht da. Ich bin diesen, nicht da. Wie geht es? Ich bin davon da. Ja. Das geht hin. Ja. Dann mache ich das. Da sind wir nämlich da schon einmal. Wenn sie mir jetzt die Brüte zusammenschlagen, ist mir das Ehrlich gesagt relativ egal. Und ich kann da jetzt einmal anfangen. Oh, was sag ich denn da rum überhaupt? Mal schauen wir mal, ob man da irgendwas unten sehen, wenn man da einschlägt. Das ist stein, ok. Das Dach ist aus Stein. Die Decke ist aus Stein, ok. Dann schauen wir da einmal. Aber das wäre genauso. Dann müssen wir uns hier einmal aussichern. So, machen wir dies zuerst einmal. Aber wenigstens ein bissel reben können. Das ist steuer. Na gut. Und dann müssen wir die Fies aussichern. Wir werden zwar ziemlich aggressiv in der Nacht, die Decke. So, meine lieben Sportsfreunde. Das war's. Wieder für die Folge. Wir haben es 22.31 Uhr. Ich werde ihn beim Sonnenaufgang am Tag 4 abholen. Vielleicht renne ich noch ein bisschen los zum Looten. So, was wir in der Nacht da machen. Aber wir sehen in der Nacht in die Aufnahme nichts. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Und wer Lust und Laune hat, dann kann mich gerne abonnieren. Die Glocken aktivieren so, dass wenn es hier bei 7 Days to Die weitergeht, nichts mehr Neues verpasst wird. Und dann wünsche ich noch bis zur nächsten Folge einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportfreund, liebe Sportfreundin. Je nachdem wann du dir hier dieses Video ausschaut, bleibt mir gewogen. Und vor allem meine lieben Sportfreunde, dies ist viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Und bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!